Nun, in diesem Video werde ich Ihnen einige DSC-Sensoren zeigen, das der BMW E46 und Z3 Modelle tragen. Gibt es verschiedene Modelle von Sensoren, wenn Sie das DSC-Warnlicht und auch die Handbremselicht im Rahmen. Sie sind kleine Lichter gelb, höchstwahrscheinlich haben Sie einen Fehler in diesem Sensor, der sich unter dem Fahrersitz befindet, direkt unter dem Teppich, man muss den Teppich anheben. Es gibt mehrere Modelle, fangen wir an, als erstes. Wurden diese montiert, die tragen die Referenz 34 52 11 66 03 oder auch diese andere 116 603 ist eigentlich der gleiche, einer von beiden würde Ihnen dienen, dann begannen Sie gegen Ende des Jahres 2000, 2001 diesen anderen Sensor, den blauen, mit der Referenz zu montieren 34 52 67 54 289 und Sie können auch um 2001 herum finden diese andere die 34 52 57 59 412, die unter Sensor Cluster 01 steht, dies ist Die billigste von allen, die anderen sind viel teurer und schwieriger zu finden. Wenn Sie eine haben, Sensor L die ersten, von den weißen, sagen wir mit einem weißen Etikett. Lassen Sie sie wissen, dass der Stecker der gleiche ist wie der mit dem blauen Etikett. Es scheint, dass sie austauschbar sind und das Licht der Box erlischt, sobald einer davon ist aufgesetzt. Ich habe es bestätigt und tatsächlich geht das Licht aus, mit dem der Sensor Cluster kompatibel sein sollte, dieser insbesondere nicht, dieser ist anders und hat einen ganz anderen Anschluss, das würde bei den anderen nicht funktionieren oder die anderen mit diesem, denn ich hoffe, dass das Video nützlich ist. Und vielen Dank fürs Anschauen, Grüße an alle!